Die Verbindung zwischen Mimik und Gestik. Und wir zum Beispiel etwas sagen, aber komplett etwas anderes ausstrahlen. Die kleinen Impro-Übungen, die wir gemacht haben. Schickröte! Ist langsam und ich bitte richtig schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schickröte! Schickröte! Das Gefühl zu bekommen, auf alle herab zu blicken. Und sich so selbstbewusst, stark und mächtig zu fühlen. Die Wut, weil ich meine Wut meistens eher verstecke. Schickröte! 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 Untertitelung des ZDF, 2020